So, herzlich willkommen vor dem nächsten Auswärtsspiel beim VfR Aalen. Wir sind morgen Abend zu Gast, 18 Uhr, in der Scholz Arena. Circa 200 Zuschauer werden uns nach Aalen begleiten. Und damit auch schon das Wort an unser Trainer Thomas in Aalen, ein Altbekannter. Mittlerweile haben wir schon zweimal jetzt gespielt gegen den VfR in der nächsten Saison. Auf was müssen wir uns dort einstellen und wie sieht der Personalstand aus? Bitteschön. Ja, mit dem VfR Aalen treffen wir natürlich auf eine Mannschaft, die gerade in der Vorrunde die Überraschungsmannschaft der zweiten Liga war, keine Frage. Sie sind eine Mannschaft, die über ihren Teamgeist kommen, die sehr, sehr kompakt spielen, viel auf Konter versuchen und natürlich auch jetzt unbedingt, genauso wie wir, auch punkten müssen, um so schnell wie möglich an ihr Ziel zu kommen. Personalstand ist so bei uns, dass bis auf Roger und Malte Metzelder alle Mann an Bord sind. Wir können aus dem Vollen eigentlich schöpfen. Klar ist aber auch, und das ist halt im Fußball nun mal so, dass man innerhalb kürzester Zeit, wenn man eine gewisse Unzufriedenheit spürt oder auch Ergebnisse erzielt, die nicht so sind, wie man sie sich vorgestellt hat, wirklich auch die Möglichkeit hat, die Woche drauf wieder in die andere Richtung zu gehen. Es ist gefragt von uns, dass wir unsere 100 Prozent wieder auf den Platz bringen, dass wir die Kompaktheit in beiden Richtungen wieder mit vollem Leben ausfüllen. Klar ist, wir haben viel gesprochen in den letzten Wochen. Wir haben eine neue Situation jetzt für uns, für die Mannschaft und auch im Verein. Und da gilt es daraus zu lernen, Ruhe zu bewahren und sich wirklich voll und ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus in der Richtung hier nicht viel zu sagen. Wir werden absolut konzentriert zu Werke gehen müssen, um auch hier für uns wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich habe es ja immer wieder gesagt, wir haben 35 Punkte. Wichtig ist, dass wir wirklich an dem arbeiten, was wir uns vorgenommen haben vor der Saison und dass wir auch diesen Weg und auch diese Schritte so einleiten. Und da muss man natürlich dann auch mal mit der einen oder anderen kritischen Frage oder mit Kritik umgehen können. Das können wir. Und deshalb bin ich absolut zuversichtlich, dass ich morgen auch wieder eine Mannschaft erleben werde, die zumindest von der ersten bis zur letzten Minute an, was das Läuferische und Kämpferische anbelangt, alles in die Waagschale wirft. Herr Oral, Sie haben in einem Interview von einer heiklen Situation jetzt im Moment gesprochen. Wenn man die nächsten Gegner anschaut, es kommen Berlin, Köln, Braunschweig auf sie zu, also die Top-Teams. Wie wichtig ist da so ein Sieg gegen Aalen jetzt, um da ein bisschen das Ruder wieder rumzureißen? Wichtig ist erstmal, dass wir uns voll und ganz auf die Aufgabe morgen konzentrieren. Und in allen drei Spielen haben wir wenig zu verlieren. Da können wir immer nur als Gewinner oder als Sieger vom Platz gehen und für eine Überraschung zu sorgen gegen die Top-Teams in der Liga. Aber auf der anderen Seite gilt es natürlich für uns, unseren Fokus auf das zu werfen, was wir uns vorgenommen haben, was wir vor der Saison gesagt haben und auch in dem Laufen der Saison immer wieder wiederholt haben. Und da werde ich keinen Millimeter davon abweichen.